Weiter geht es hier mit dem nächsten Part to the moon. Ja, wer das andere Video gesehen hat, hat gesehen, wir konnten hier nochmal am letzten Kauf den Hintern retten. Jetzt schauen wir mal, wie es weiter geht. Vielleicht haben wir ja Glück und der macht mal einen Joten hier. Okay, sauber. Komm, eine geht noch. Jo, sauber. Zwölf bin ich schon voll zufrieden. Mit 14 sogar noch mehr. Sehr gut. Ja, Leute, checkt auf jeden Fall unten in den Kommentaren meinen neuen Spielhallenkanal ab. Der Link, der ist unten in den Kommentaren am Rumeiern. Das werdet ihr direkt sehen. Steht, hier geht es zu meinem neuen Spielhallenkanal. Lasst mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, meine Liebe. Auf jeden Fall vielen Dank für den ganzen Support schon über die ganzen Jahre. Da wollen wir jetzt mal einen neuen Kanal machen, nur mit Spielhallen-Sachen. Jo, 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 so kannst du direkt starten. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Komm, jetzt direkt nochmal zwei, das wäre der Brüller. Wo ich erst mal froh wäre, wenn ein Ding jetzt noch kommen würde. Fünf Stück brauchen wir zum Plus machen. Weil der wirft einfach zu viel Kleinkamier, immer die kleinen Simole. Da ist es natürlich dann schwierig. Komm, komm, komm. Komm doch mal. So ein schöner Start, ey. Das sind du wieder die Scheiße hier serviert, ey. Meine Fritzel. Das ist schon mal. So ein schöner Start. Das ist ja. Schade sah ich gut aus vom Start her. Geist, Mann. Ist wenigstens der Schaden nicht zu groß. Komm nochmal, obwohl ich denke jetzt kommen vielleicht maximal vier. Ok, ok, na gut mit fünf können wir leben, zwölf Spiele sind gut, das Ding ist, wir brauchen einfach schnelle Wilds, man. Komm, da ist jetzt so eine dicke Lücke, da passen noch zwei rein. 80 Euro. Nach 120 passen. Anderes 80 Euro. Ja man, genau so, komm, jetzt regt noch eine. Ja man, genau so. Das war's. Gut, können wir mitleben. Da wird jetzt auch keiner mehr kommen. Aber egal, jeder Honi ist gut. Okay, okay, okay. Okay, 14 Games. Der hat Bock, man. Muss natürlich nur zack bei Papier gehen, Junge. Der Honi Welts rein. Vor allen Dingen, wenn die Wilds, selbst wenn alle drin sind, hat die auch nichts zu heißen. Der kann ja auch permanent nur die kleinen Witzfiguren da geben. Deswegen sind wir schon darauf angewiesen, dass das Tier rucki zucki geht. Jo, sauber. Das ist wichtig. Oh, okay. Der Frühfuß-Kinderquark hier kommt. Okay, Jürschen. 320, sehr schön. Komm, jetzt gehören noch eins. Ja, Mann, sauber. Jetzt die roten Biester da. Oh, ja, gut, gut. Das Symbol ist auch nicht schlecht. 300 Piepen, sauber. Komm, das eine geht noch. Komm, jetzt mal die rote Suppenschüssel da. Geht der weiter, liebe mein Gott. Gut, jetzt jedes Bild ist minimum 80. Boah, jetzt komm, eins von den guten. Nein. Nein. Komm, jetzt mal noch ein, zwei dicke Säden. Das sind, glaube ich, auch 200 sein laut, ne? Komm, jetzt. Ja, ho, 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 ho. Jo, full. Jetzt komm, Alter. Jetzt mal ein fettes Symbol da rein. Ach, bleib doch stehen. Da bei diesem Teil mehr. Da muss ich mir noch eine Kippe drauf anschmeißen. Jetzt würde es heiß hier. Jo, sauber. Wie viel das ist, weiß ich nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Ja, 400 auf jeden Fall. Ja, Mann, sauber. Tausend Mäuse. Komm, jetzt nochmal. Jo. Ey, der muss doch ballern. Der muss doch knallen, der Typ. Bestimmt 2000, Mann. Wenn das eine schon 1000 war. Oh, zum Mond. Ja, Mann, sauber. Drei Mille, ey. Hammer. Guckt es euch an. Fünfeinhalbtausend Biester. Mann, 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 ey. Sauber. Fettbänker lief eben nicht, ey. Da habe ich noch gesagt, ey. Ich gehe gleich mal nach To The Moon. Da knallt das bestimmt, ey. Boah, Hammer. Und dann macht der noch zweimal super Symbole am Ende, ey. Geil, Mann. Echt. Guckt es euch an, Mann. 6, 7. Komm, ey. Dann kauf wir noch einmal Maximum. 6 Mille hole ich dann raus. Ja, Mann. Das war ein geiler Treffer. Komm, eine geht noch. Sehr schön. Noch eine vielleicht. Natürlich. Dankeschön. Geil, ey. Boah, was ein Treffer, Alter. Mega. Jetzt habe ich nicht... Klar, der Runde habe ich jetzt keine Aufflug, aber... Mal gucken, vielleicht wirft er einen. Echt, ey. Hammer, geil. Er kommt in den letzten drei Runden da noch mit. Oh. Mit Vollbild an. Okay. Die 120 nehmen wir mit. Boah, mega Treffer, ey. Boah, mega Treffer, ey. Was ein geiles Bild, ey. Ja, Leute, wie gesagt, ne, habe ich am Anfang schon gesagt. Checkt auf jeden Fall den neuen Kanal ab, ne. Den neuen Spieler, den Kanal. Und checkt auf jeden Fall die WhatsApp-Gruppe ab. Für alle, die wissen wollen, wo ich online zocke. Kommt einfach da in die Gruppe rein. Ihr kriegt da jeden Tag eure Infos. Oder ihr seht meine Nummer. Ihr könnt mich auch direkt privat anschreiben. Kriegt da auch alle Infos. Sauber, Mann, 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 ey. Komm. Noch ein Wild Bates, natürlich geil, ey. Würden wir hier auch noch Plus machen in der Runde. Schade. Diese rote, dicke Vieh, ey. Ich glaube, das hätte richtig geknallt eben bei den sechs Dingern hier. Ja, okay. Ich glaube, das hätte richtig geknallt. Ich hoffe, dass dieцев Heavenly-M אני現在 einf Sim They También gemacht hat. Wir können das Bring из Games eine Haus-Anhösen the und ich vers någon. Erstens, Mann! St dij doen. Ich will one, wie du esag rein. Dann sind das Universum. Ja gut, ja gut, ja gut, ist okay, ja gut Leute, dann mach ich den Part mal aus hier, dann werde ich auf jeden Fall 6 Mille auszahlen, gehen wir mit 700 Mille nochmal rüber nach Fatbanker, aber 6 Mille kommen auf jeden Fall raus, man, in dem Sinne, lasst einen Daumen nach oben, da immer wichtig, und aktiviert die Glocke und abonniert die Kanäle hier, haut rein, man.